Du möchtest die YouTube-Videos für dein Business aufnehmen, für deinen YouTube-Business-Kanal? Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du das Ganze am besten möglichst effizient, ressourcenschonend und natürlich auch professionell erledigst. Denn, das ist ganz wichtig, es gibt einen großen Unterschied zwischen YouTube-Business-Kanälen, die also dafür da sind, dein eigenes Unternehmen zu promoten, deine eigene Marke zu stärken und den YouTube-Kanälen von zum Beispiel Promis, Influencern und so weiter. Der große Unterschied ist, dass diese Promis und Influencer in der Regel YouTube als Hauptberuf betreiben oder zumindest damit einen Großteil ihrer Zeit verbringen, YouTube-Videos aufzunehmen und wir als Unternehmerinnen und Unternehmer den YouTube-Kanal ja vor allem als Plattform nutzen, indem wir unser Unternehmen darstellen, uns selber als Marke präsentieren, unser Wissen präsentieren, uns eine Community aufbauen und so weiter. Immer mit dem Ziel, möglichst effizient das Ganze in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Es ist also wichtig, dass du dir überlegst, wann hast du Zeit dafür, deine YouTube-Videos für deinen YouTube-Business-Kanal aufzunehmen, wie viel Zeit hast du zur Verfügung und vor allem, welche technischen Methoden eignen sich dafür, um in dieser Zeit einen möglichst großen Output zu erledigen. Mein Name ist Kurt Woschitzki, ich bin Inhaber von Kurt Creative, einem 100% digitalen Unternehmen für Content-Marketing und wir unterstützen Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre eigene Marke zu stärken, mit einem Podcast oder einem YouTube-Kanal. Und in meiner täglichen Arbeit habe ich herausgefunden, dass es zwei Setups gibt, die besonders gut dafür geeignet sind, Unternehmenskanäle auf YouTube zu erstellen. Und das ist zum einen das Setup bei der Aufnahme am Schreibtisch, das Setup, in dem ich auch gerade aufnehme, und das ist das Setup im Büro, wo du dich vor einen bestimmten Hintergrund setzt oder stellst und eine Kamera auf einem Stativ positionierst. Diese beiden Formate eignen sich wunderbar dafür, um zum einen Talking-Head-Videos aufzunehmen. Ja, also Talking-Head-Videos sind diese Videos wie dieses, was du gerade eben siehst, wo du vor der Kamera sitzt und etwas erzählst. Und das Format, was ich gerade nutze, bei dem du am Schreibtisch sitzt und am Schreibtisch in deine Kamera und in deinem Mikrofon sprichst, das eignet sich auch sehr gut für Interview-Formate. Wenn du also Interviews über das Internet aufnimmst und da zum Beispiel Gäste einlädst, wenn du auch das Ganze als Podcast veröffentlichen möchtest, dafür ist dieses Format auch geeignet. Ich möchte dir im Folgenden diese beiden Formate vorstellen und vor allem auch erklären, warum diese so praktisch sind für YouTube-Kanäle für Unternehmen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere natürlich gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du hier jede Menge weitere Videos auch bekommen rund um dieses ganze Thema YouTube-Business-Kanäle. Denn das ist wirklich ein ganz spezielles Thema. Ja, also wenn du YouTube für dein Unternehmen betreibst, dann musst du YouTube ganz anders angehen, als du das machen würdest, wenn du zum Beispiel ein Influencer bist, ein Comedian oder, oder, oder. Also zunächst erst einmal zu den technischen Setups, auf die wir uns in diesem Video konzentrieren möchten. Das erste Setup, was ich hier gerne vorstellen möchte, ist das Schreibtisch-Setup. Das Schreibtisch-Setup hat in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen, weil es ganz einfach dir eine vertraute Umgebung schafft. Du arbeitest höchstwahrscheinlich den Großteil deines Tages an deinem Schreibtisch. Deswegen ist dir die Umgebung vertraut. Du weißt genau, was gibt es für Umgebungsgeräusche. Du weißt genau, wie kannst du am besten hier am komfortabelsten arbeiten. Ja, wie fühlst du dich gemütlich? Du hast deinen Bildschirm vor dir. Du kannst die Notizen auf deinem Bildschirm ablegen. Und auch wenn du vorher schon deine Videos recherchierst, bist du dann bei der Aufnahme der Videos wieder im gleichen Setting, also bleibst in der gleichen Position sitzen, hast also nicht diesen Szenenwechsel, musst dich nicht an eine neue Situation gewöhnen. Das sind erst einmal die Vorteile, warum das Schreibtisch-Setup ganz einfach sehr komfortabel ist. Wie kann man das Schreibtisch-Setup technisch aufbauen? Ich werde dir hier mal ein Foto einblenden von meinem Schreibtisch-Setup, was ich mit Beginn dieses Jahres auf meinem YouTube-Kanal eingeführt habe. Dieses Setup besteht natürlich aus einem ganz normalen Desktop-Computer und auf diesem Desktop-Computer ist oben eine Webcam positioniert. Und hier ganz wichtig, das ist eine Webcam, die speziell für Streaming und für YouTube gemacht ist. Das ist die Elgato Facecam. Es gibt in diesem oberen Segment von Webcams einige verschiedene Modelle. Es gibt auch von Logitech zum Beispiel eine Webcam, die eine recht gute Qualität bietet. Ganz wichtig ist aber, diese Webcams darf man nicht vergleichen mit den Webcams, die man normal so zu seinem Computer mitgeliefert bekommt, die vielleicht irgendwie 20 Euro im Mediamarkt kosten oder so. Diese Webcams sind für die Aufnahme von YouTube-Videos nicht geeignet, denn sie haben einfach eine viel zu schlechte Qualität. Das heißt also, du solltest dir, wenn du dieses Schreibtisch-Setup verwendest, wirklich eine gute Webcam zulegen, wie wie gesagt eben die Elgato Facecam, die ich hier nutze, oder die Logitech Streamcam, die auch sehr gut dafür geeignet ist. Oder natürlich auch, wenn du es ganz professionell machen möchtest, kannst du auch eine Spiegelreflexkamera nutzen, die einen USB-Anschluss hat und die direkt auch auf deinen Computer streamen kann. Das können mittlerweile auch einige Kameras, unter anderem von Canon. Da gibt es viele Modelle, die das mittlerweile unterstützen. Die kannst du natürlich auch nutzen. Außerdem sehr wichtig, damit du ein gutes Bild hast, sind Lichter. Ja, du brauchst eine passende Beleuchtung. Mein Setup hier an meinem Schreibtisch besteht aus einem großen Ringlicht, was ich hinter meinem Computer positioniert habe. Das Ringlicht hat ganz einfach den Vorteil, dass es dein Gesicht aus verschiedenen Richtungen ausleuchtet. Das heißt also, du bist nicht nur frontal beleuchtet, sondern du hast auch ein bisschen Licht von den Seiten. Und das Ganze unterstütze ich nochmal mit zwei Videolichtern links und rechts von mir. Die habe ich hier an solche Kisten geklemmt, wo ich meine Lautsprecher draufgestellt habe. Du kannst natürlich aber ganz einfach auch hier passende Stative kaufen. Da gibt es bei Amazon jede Menge zu kaufen. Ja, also wenn du einfach mal suchst nach Kamerastativ, Kameralicht und so weiter, da findest du ganz viele passende Stative, die du dir an deinen Schreibtisch links und rechts auch dranklemmen kannst, um diese Lichter aufzustellen. Das ist ganz wichtig, denn wie gesagt, diese Webcams, die benötigen sehr, sehr viel Licht. Dein Gesicht muss von beiden Seiten gut ausgeleuchtet sein, damit es auch möglichst gut auf dem Video dann abgebildet wird. Wie nehme ich ansonsten auf meinem Schreibtisch-Setup die Videos auf? Ich nutze dazu eine Software, die nennt sich OBS Studio. Das OBS Studio, Open Broadcast Studio, das ist vor allem für das Streaming entwickelt worden. Das heißt also für die Live-Übertragung von Videos. Aber es eignet sich genauso gut auch, um Videos aufzunehmen, ja, also um voraufgezeichnete Videos aufzunehmen, die du danach auch nochmal schneiden kannst und nachbearbeiten kannst. Und es hat einfach den Vorteil, dass es viele tolle Funktionen bietet, wo du verschiedene Audio- und Videoquellen miteinander kombinieren kannst. Das heißt also, ich habe hier in meinem aktuellen Setup im OBS Studio zum einen meine Webcam eingebunden, die das Bild liefert, was du hier von mir siehst. Ich habe gleichzeitig hinter mir, das wirst du wahrscheinlich nicht wahrnehmen, einen Greenscreen, das ist also ein Aufsteller, wo man eine grüne Wand hochziehen kann, die mir ganz einfach die Flexibilität gibt, hinter mich ein beliebiges Hintergrundbild einzufügen, wie zum Beispiel hier dieses Foto, wo ich mein Unternehmenslogo mit eingebunden habe, was mir einfach den Vorteil bietet, dass ich relativ flexibel bin, ganz egal, wie der Raum hinter mir gerade aussieht, kann ich den Greenscreen hochziehen und kann diesen Greenscreen dann ersetzen gegen ein beliebiges Foto in meinem Unternehmensbranding, was ich hier einfüge. Außerdem habe ich natürlich ein Mikrofon, das ist ganz wichtig, also auch beim Schreibtisch-Setup, dass du mit einem möglichst guten Mikrofon arbeitest. Sehr praktisch, dafür sind solche Schwenkarme. Also ich habe mein Mikrofon hier auf so einem Schwenkarmen positioniert, da werde ich gleich nochmal ein Bild dazu einblenden, den ich an den Schreibtisch dran geklemmt habe. Das gibt mir die Flexibilität, dass ich das Mikrofon flexibel einstellen kann, in der Höhe, so wie ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, ich es auch ganz einfach zur Seite schieben kann. Du kannst aber natürlich genauso auch ein Mikrofon benutzen, was du mit einem kleinen Stativ auf den Tisch stellst. Ja, also ein USB-Mikrofon zum Beispiel, wie das Rode NT-USB. Das eignet sich dafür sehr gut. Das hat schon einen mitgelieferten kleinen Standfuß, mit dem du das Mikrofon ganz einfach auf den Schreibtisch stellen kannst. Und dann kannst du es auch per USB an den Computer anschließen und im OBS-Studio natürlich auch einbinden in deine Szenen. Ein weiterer Vorteil dieses Schreibtisch-Setups ist auch, dass du damit sehr einfach Interviews aufzeichnen kannst. Also du kannst auch ein Video-Interview ganz einfach damit aufnehmen, zum Beispiel mit einem Programm wie Riverside. Dazu habe ich mal ein eigenes Tutorial gemacht, wo ich speziell einen Fokus darauf lege, wie man das Ganze dann für das Podcasting verwendet. Das Tutorial, das blende ich hier oben mal ein. Da kannst du dir das Ganze mal anschauen. Also auch in diesem Schreibtisch-Setup kannst du ganz einfach Video-Interviews aufzeichnen übers Internet und dir damit auch externe Gäste zuschalten. Außerdem eignet sich dieses Schreibtisch-Setup sehr gut auch dafür, dass du Screencasts erstellst. Das heißt, das sind Videos, wo du deinen Bildschirm abfilmst, wo du bestimmte Sachen zeigst. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo ich erklärt habe, wie man einen YouTube-Kanal-Banner erstellt. Und dazu habe ich auch mit dem OBS-Studio meinen Bildschirm abgefilmt und mein Bild, ja, von meiner Webcam klein unten in die Ecke mit reingebracht. Das sind verschiedene Möglichkeiten, wie du das Schreibtisch-Setup nutzen kannst. Wie gesagt, das praktischste Setup, das effizienteste Setup. Gerade für dich als Unternehmerin und Unternehmer ist es ganz wichtig, eben auch Zeit zu sparen bei der Aufnahme von Videos, nicht zu viel Zeit zu verbrauchen, denn du hast ja schließlich hauptberuflich auch andere Sachen zu tun. Ein weiteres Setup, was sehr, sehr gut funktioniert, wenn du ein YouTube-Video in deinem Büro aufnehmen möchtest, ist das Setup mit einem Stativ. Ein Stativ kann zum Beispiel, ja, ich nutze meistens mein Ringlicht-Stativ, das kann zum Beispiel unter ein Ringlicht geschraubt werden und in das Ringlicht, da kannst du dann deine Kamera positionieren. Ja, also ich zum Beispiel nutze hier ganz gerne den DJI Osmo Pocket. Das ist eine Kamera, die vor allem auch für mobile Anwendungen sehr gut geeignet ist für das Film unterwegs. Du kannst sie aber genauso auch für Aufnahmen im Büro in einem festen Setup benutzen. Ganz wichtig ist, ja, wie gesagt, dass das Stativ möglichst stabil ist, dass es an einem Ort steht, wo du auch eine gute Beleuchtung hast, ja, also wo vielleicht ein bisschen Raumlicht reinkommt, von den Fenstern draußen oder von den Lampen, die du oben an der Decke hast. Das ist ganz wichtig, dass du also eine möglichst gute Ausleuchtung hast und bestenfalls nutzt du eben direkt ein Stativ auch, was schon ein Ringlicht hat, was auch ordentlich Power hat. Ja, also da gibt es auch einige, die sind sehr schwach, die haben nur so ein paar kleine LEDs drin. Ich empfehle da wirklich ein Ringlicht, was ordentlich Power hat, womit du also wirklich dich ordentlich ausleuchten kannst und dann kannst du dich vor dieses Stativ stellen oder setzen mit der Kamera oben drauf und kannst dich ja an einem beliebigen Ort in deinem Büro positionieren. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, wenn ich Videos aufnehme, wo ich mein Studio im Hintergrund zeigen möchte. Da drehe ich mich einmal rum einfach, setze mich vor meinen Schreibtisch, stelle das Ringlicht auf dem Stativ mit der Kamera in der Mitte vor mich und nehme mir dann ein Mikrofon in die Hand, um mich zusätzlich aufzuzeichnen. Ja, also für den Ton musst du bei diesem Setup natürlich dir eine Lösung überlegen, die möglichst stabil ist, wo du jetzt im Gegensatz zum Schreibtisch-Setup musst du dafür sorgen, dass das Mikrofon irgendwie gehalten wird. Das geht natürlich am einfachsten, indem du es selber in der Hand hältst. Dafür kannst du einen mobilen Recorder zum Beispiel nutzen, wie das Zoom H1N. Ja, also das ist ein relativ einfacher, mobiler Recorder, der auch fürs Podcasten sehr gut geeignet ist, für Interviews sehr gut geeignet ist. Den hältst du einfach in der Hand. Der zeichnet dich dann auf einer SD-Karte separat in bester Qualität auf und danach kannst du dann beide Spuren miteinander zusammenfügen. Also die Videospur aus deiner Kamera und die Audiospur aus deinem Recorder. Wie das Ganze funktioniert, wie man so ein YouTube-Video schneidet, das zeige ich dir nochmal in einem separaten Tutorial. Hier möchte ich erstmal nur auf die technischen Aspekte eingehen. Also das ist eine Möglichkeit. Natürlich sehr beliebt sind auch diese Ansteck-Mikrofone, die kannst du auch nutzen. Also viele Kameras haben mittlerweile auch die Funktion, dass man da solche Bluetooth-Mikrofone mit einbinden kann. Da solltest du aber auf jeden Fall vorher einen guten Audio-Test machen, weil die Qualität dieser Ansteck-Mikrofone ist oft nicht so gut. Logisch, weil die befinden sich hier unten und der Schall muss erst einmal von deinem Mund hier oben hier runter zum Mikrofon kommen und du kannst dir schon vorstellen, dass das technisch gesehen alles etwas schwieriger ist. Also das beides sind meine Top-Tipps für praktische technische Setups, mit denen du ganz einfach ein YouTube-Video in deinem Büro aufnehmen kannst. Sowohl das Schreibtisch-Setup als auch das Setup mit einem Stativ eignen sich dafür wunderbar und natürlich ist das immer eine ganz individuelle Sache. Das heißt also, wenn du persönlich dazu beraten werden möchtest, welches technische Setup sich am besten für dein Büro oder dein Unternehmen eignet, dann schau gerne mal auf unsere Webseite www.codecreative.de da findest du unsere YouTube-Beratungsstunde, wo wir uns mal ganz genau gemeinsam anschauen können, was hast du für räumliche Voraussetzungen in deinem Büro oder an dem Ort, wo du aufnimmst und welches Setup eignet sich da am besten für eine effiziente Podcast-Aufnahme. Natürlich bin ich auch ganz gespannt auf deine Meinungen und Erfahrungen. Schreib gerne mal hier unten in die Kommentare rein, wie du deine YouTube-Videos aufnimmst und wenn du kein weiteres Video auf diesem Kanal verpassen möchtest, wie gesagt, da kommen noch viel mehr, dann abonnier gerne diesen Kanal und aktivier die Glocke, um immer informiert zu werden. Ich wünsche dir erst einmal viel Spaß und Erfolg beim Erstellen deines YouTube-Business-Kanals und sage bis zum nächsten Video.